Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video geht es um den Vergleich zwischen dem Enneagramm Typen 5 und dem Enneagramm Typen 6. Beides Kopftypen, beide liegen ja im Enneagramm gleich nebeneinander und von daher haben vor allem diejenigen Schwierigkeiten auszudifferenzieren, an welchem Typ sie angehören, wenn es entweder ein Fünfer mit einem Sechserflügel ist oder ein Sechser mit einem Fünferflügel. Normalerweise sind die Fünfer und Sechser von ihrer ganzen Eigenart schon sehr unterschiedlich, dass die Verwechslungen nicht so stark sind. Allerdings, wenn da der Flügel dran ist, dann kann das schon mal wirklich zu richtigen Schwierigkeiten führen, da zu unterscheiden. Sie sind halt eben auch sehr rational, alle beide und vor allem, sie verarbeiten Erlebtes durch Denken und durch Planen. Das haben sie noch gemeinsam. Beide kennen den Begriff Angst, auch wenn manche das nicht so gerne zugeben im ersten Moment und brauchen beide Informationen, um sich zu orientieren und um Sicherheit zu erlangen. Die Art und Weise, wie sie die Informationen nutzen, ist allerdings sehr unterschiedlich und ich hoffe, ich kann das richtig rüberbringen, weil das ein bisschen schwierig ist zu erklären. Bei der Fünft ist es eher so, dass sie ja dieses Selbstbild von sich hat, ich weiß viel. Und sie fühlt sich dadurch unabhängig und sicher und kompetent. Und das ist ihre Art und Weise, mit dem Leben klarzukommen. Also alles, was sie für sich verstanden hat, dann fühlt sie sich sicher. Es ist da halt so, dass der Blick hauptsächlich darauf geht, ich kenne mich in diesem Bereich aus und in diesem Bereich kann ich mich sicher bewegen. Bei der 6 ist es so, die nagt ja auch dazu, wenn irgendwo was Unangenehmes kommt, etwas kommt, was ihr nicht so ganz geheuer ist, dass sie halt eben auch mal schnell googelt. Bei der 6 ist es dann aber mehr situationsabhängig und mehr von dem abhängig, was von außen auf sie zukommt. Da wird dann, die 6 spielt mehr so die Szenarien durch. Was wäre, wenn, also Worst-Case-Szenario, A, B, C, D und wenn die alle, ah, diesen Weg bis dahin bin ich schon mal durchgegangen und dann fühlt die sich sicher. Da geht es nicht so unbedingt um das Wissen, was sie in sich trägt, sondern mehr so diese Gewissheit, ich habe das ja alles schon mal durchgespielt. Das in manchen Fällen, dass es dann trotzdem nicht so die Sicherheit gibt, weil es da oben ja dann weiter dreht. Das wirst du, wenn du so ein 6er-Muster an der Backe hast, wohl am allerbesten wissen. Ja, das haben wir dann noch. Die Sehnsucht der 5 ist, das Leben an sich in seiner ganzen Fülle und Komplexität verstehen zu wollen. Also wenn du eine 5 fragen würdest, was ist dein beste, größte, der größte Wunsch in deinem Leben, dann wäre es bei der 5, das wirklich alles verstehen zu können. Egal was es ist. Also die ganzen Zusammenhänge auf dieser Welt verstehen zu können. Bei der 6 geht es hauptsächlich darum, um das Vertrauen. Also die größte Sehnsucht der 6, wenn du eine 6 fragst, wäre, ich möchte dem Leben vertrauen können, ich möchte anderen Menschen vertrauen können. Ich möchte in dieses tiefe Vertrauen reinkommen. Was sie natürlich auch versucht, durch Wissen zu erlangen teilweise. Allerdings ist dahinter eben diese Sehnsucht, vertrauen zu können. Und bei der 5 geht es viel mehr um dieses Verstehen an sich. In Stress- und Angstsituationen haben wir auch in der Regel Unterschiede. Bei der 5 ist es so, sie zieht sich zurück. Sie zieht sich zurück und überdenkt erst mal. Also die 5 ist nicht jemand, der ins Tun kommt. Also wenn die 5 ins Tun kommt, dann ist das schon ein Schritt der Weiterentwicklung. Also wenn sie wirklich Tatendrang entwickelt. Fünfer glauben oft, dass sie sehr tatkräftig sind. Und wenn sie aber ganz ehrlich hingucken, passiert das alles oben im Kopf. Es ist nicht dieses, weil sie alle Szenarien, die 5 leben im Kopf. Die haben dann nicht dieses Gefühl, also sie haben dann das Gefühl, da ist ganz, ganz viel los. Und sie nehmen doch am Leben teil. Letztendlich ist es aber so, wenn du guckst, wie oft gehen sie denn aus dem Haus raus? Wie oft sind sie in Kontakt mit anderen Menschen? Da ist in der Regel nicht allzu viel, außer das, was eben sein muss, um eben so nicht überfordert von diesen ganzen Gefühlen und diesen ganzen Dingen zu werden. Das machen die alle in der Regel so mit sich selber aus. Bei der 6 ist es so, dass sie zwar auch in so Stresssituationen schnell im Kopf geht und im Kopf ist auch ganz, ganz, ganz viel los. Die 6 neigt aber dazu, ins Tun zu kommen. Das kann entweder durchdachtes Tun sein, wenn es eben das Durchdenken ziemlich schnell geht. Es kann aber auch sehr schnell passieren, dass es in dieses kopflose Tun reingeht. In dieses, dann wenigstens etwas machen. Das ist dann so die Stressbewegung in Richtung 3. Was der 6 allerdings auch passieren kann, ist, dass, wenn sie da steht und ihr gehen diese ganzen Geschichten durch den Kopf, jetzt könnte ich dies machen, könnte ich das machen, ich weiß nicht, was soll ich, wenn dieser Zweifel kommt, was soll ich denn jetzt tun, was soll ich denn jetzt tun, dass er erstmal da steht wie so gelähmt und gar nicht weiß, was mache ich jetzt. Was die 6 allerdings, also sie bleibt aber eher so in dieser Situation an sich stehen. Also es ist, wo die 5 dann komplett in den Rückzug geht, um erstmal überlegen zu können, bleibt die 6 dann eher wie erstarrt stehen, weil sie gar nicht weiß, worum es jetzt als nächstes überhaupt gehen soll. Dass sie sich halt mit ihren eigenen Gedanken und ihren eigenen Möglichkeiten so quasi selbst ausknockt und vor lauter Verzweiflung dann nur noch da steht und gar nicht mehr weiß, was sie tun soll. Thema Gefühle. Die 5 wirkt in der Regel eher kühl, distanziert und hat in der Regel wenig Körpersprache. Der 5 ist es ganz, ganz schwer anzusehen, was in ihr los ist, ganz schwer durchschaubar. Und das ist auch ihre Taktik. Denn je mehr jemand von außen sie durchschauen kann, desto weniger werden sie ja belästigt. Die 6 ist in der Regel eher warm. Sie ist zwar auch distanziert, weil sie ja skeptisch ist. Kann ich demjenigen jetzt vertrauen, kann ich demjenigen jetzt nicht vertrauen? Allerdings ist da trotzdem, passiert auf der Beziehungsebene trotzdem was. Das ist also eher so was Warmes, wo die 6 sich in bestehende Verbindungen versucht, irgendwie mit einzuweben. Wenn es so ein Netzwerk gibt von anderen Menschen, dann versucht die sich da einzuweben und trotzdem teilzusehen, auch wenn sie skeptisch ist. Die 5 macht es nicht. Die 6 ist auch von außen leichter zu lesen. Also eine 6 tut sich sehr schwer, ihre Gefühle und ihre Distanziertheit etc. zu verbergen. Die 5 schneidet sich auch innerlich von ihren Gefühlen ab. Also selbst ihre eigenen Gefühle sind der 5 nicht geheuer. Also das ist sowas, kann man halt nicht berechnen. Hat keine Logik, kann man nicht verstehen. Da kommt irgendwie sowas von da unten hoch und keine Ahnung, damit was anzufangen. Also mache ich da lieber so einen Cut und dann bleibe ich immer in einer sicheren Kopfetage. Bei der 6 ist es so, dass sie dazu neigt, wenn sie bestimmte Gefühle hat. Es müssen nicht unbedingt die schlechten bleiben. Es können auch gute Gefühle sein, dass sie die auf andere Menschen projiziert. Richtig gerne macht sie das mit der Angst. Wenn sie eigentlich Angst hat, was die 6 ganz, ganz schwer selbst erkennen kann, dann merkt sie auf einmal, ach da drüben hat ja jemand Angst, da drüben hat ja jemand Angst. Mit denen könnte ich mich jetzt so zusammentun. Oder die können dich ja vielleicht sogar beschützen oder wie auch immer. Also bei den anderen Menschen merkt sie dann, da ist Angst. Weil sich selbst spürt sie es am Anfang erstmal gar nicht. In Beziehungen ist es eben so, also die 5 tut sich wirklich schwer, sich mit anderen zu befreunden und ist eher isoliert. Sie gibt auch nicht viel auf so gesellschaftliche Geschichten. Also alles, was soziales Zusammentun ist. Das ist nicht so Fünferding. Die 5 hat in der Regel eine oder ganz wenige Vertrauenspersonen, die näher an sie rankommen. Es gibt einen Untertyp der 5, das ist der soziale 5er, der schon gerne in Gruppen ist. Dann geht es in diesen Gruppen aber um irgendwelche speziellen Themen. Sei das irgendwelche besonderen Tierarten, die sie bis aufs Kleinste unter die Lupe nehmen. Sei es irgendwelche elektronischen Geschichten oder sonst irgendwas. Er hat immer irgendwie was ganz Spezialisiertes, wo dann die Gemeinsamkeiten bei den anderen auf Wissensebene da sind und dadurch so ein Gemeinschaftsgefühl geschaffen wird. Das hat aber ganz, ganz viel mit diesem gemeinsamen Thema im Kopf zu tun. Bei der 6 ist es so, dass sie 6 Freundschaften eher sucht. Selbst die Schüchtern möchten gerne Freundschaften haben. Bei der 6 ist es ganz wichtig, sich aufgehoben zu fühlen. Also in so einem Netzwerk aufgehoben zu fühlen. Die 6 neigt auch dazu, eher abhängig von anderen Menschen zu werden, während die 5 dazu neigt, sich von anderen Menschen komplett zu isolieren. Die 5 ist der objektivste Typ von allen. Also das ist, wenn du eine objektive Meinung brauchst, ohne irgendwelche Gefühlsduseleien, ohne irgendwelche Voreingenommenheit und alles soll doch durchdacht sein, frag eine 5. Ein Mensch mit dem 5er-Muster, der gibt auch nicht so wahnsinnig viel auf irgendwelche Regeln. Es sei denn, er merkt, die 5 merkt, es hat Sinn, dass diese Regel existiert. Oft macht für sie eine Regel aber dann nicht Sinn, wenn es nur dazu dient, auf die Gefühle anderer zu achten. Also irgendwelche, es gibt ja manchmal so Gesprächsvorgaben oder so. Wenn es darum geht, die Gefühle von anderen zu berücksichtigen, dann ist das für die 5 oft nicht logisch und von daher nicht sinnvoll. Ansonsten ist es eben das Schönste, weil sie alles verstehen wollen und am wenigsten voreingenommen sind einfach von allen. Was manchmal komisch rüberkommt, was viele von den Nicht-Filmen nicht nachvollziehen können. Und deswegen werden die teilweise so ein bisschen als so Weirdos abgetan. Das ist aber einfach nur ihre Art, diese Welt zu sehen. Bei der 6 ist es so, Regeln hält sie sich erstmal dran. Egal, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Regeln werden schon irgendeinen Grund haben, also halte ich mich da lieber mal dran. Und außerdem machen die einander das ja auch, dann passe ich wieder in dieses gesellschaftliche Gefüge, soziale Gefüge rein. Also zuallererst halte ich mich erstmal an die Regeln. Die 6er sind eben, da kommt die Loyalität durch. Es ist viel wichtiger, eben angebunden zu sein als andere, als mit dem Verstand alles zu begreifen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Und wenn du noch Fragen hast, stell sie mir gerne, wenn du noch mehr vom Enneagramm und anderen Themen hören möchtest und sehen möchtest vielleicht, abonniere total gerne meinen Kanal. Und ich freue mich natürlich riesig über ein Gefällt mir. Bis ganz bald, deine Kirstin.